Hallo meine Freunde der etwas komischen Level und willkommen zurück zu Let's Play Lego Dimensions mit dem LEN16. Oh, der Mragenburschen. So ist es, der bin ich und gegrüßt wird heute nämlich der Malik. Und der Valentin. Ich brauch Slimers Wurst. Hey, Sauerei. So, Slimer. Da packt er die Wurst aus. Die Wurst gegen den Durst. Das meint ihr zwar, aber funktioniert nicht. Nehm. Es ist geil, dass sogar die Ritter die Dinger aufhaben. Meine Ritter reingehen. Aaaaaaah. Äh. Ich muss mit der Balliste machen. Ah ja, hier können wir was zusammenbauen. Wir müssen das hier wegkriegen. Weiß auch nicht mehr wie. Der Ritter hat mir geschlagen. Ah, da müssen wir irgendwas dranhängen. Aber da wird dann einer geschlagen werden. Das Lego-Bild verfolgt mich. Ja, der sieht alles. Du musst dich da dranhängen. Ich tue mein Bestes. Und dann hau deine Wurst. Es ist wieder Wurstzeit. Wurst in die Höhle. Rein. Bad Cave. Ah, ich glaube das wäre was. Waren wir hier? Blonk. Meine Brille. Ohne meine Brille kann ich doch nicht sehen. Ja, kacken kannst du auch nicht ohne deine Brille. Was zur Hölle? Klo-Brille. Oh mein Gott. Damit hast du nicht geredet mit dem, gell? Wow. Klar kann man auch eine Klo-Brille kacken. Ja, kann man. Aber macht es nicht mehr so ein bisschen viel Spaß. Ja dann. Ah, Nubis. Ah, jetzt geht's auf. Wir müssen ja erst noch was zusammenbauen, bevor es was bringt. Ich mach schon. Achso, das sind gar keine... Ich dachte, ich könnte hier was sinnvolles machen. Du gehst da drauf, ich geh da drauf. Ich geh erstmal speichern. Weil ich's kann. Weil ich's kann denn. So. Ähm. Ja. Du hast kein Gewicht. Du hast ein Geist. Geh mir auf den Geist hier. Nicht mal Druckschalter kann er betätigen. Die Klassiker, da ist Rätselspiel. Oh, sie ist kaputt. Dann bauen wir sie wieder zusammen. Stopp. Hammer Time. Naja, nicht ganz so spektakulär. Du triffst nicht. Noch eine gute Hexe? Taft Luft. Taft Luft. Ja, der Hammer ist ausgerichtet. Und Hammer, Hammer, Glück gehabt. Warte. Jawoll. Gut gemacht. Jetzt müssen wir uns finden. Lucky, lucky. Ich hab's ausgemacht, ja. Ja, du hast es ausgemacht. Oh Gott, das ist wild. Ich weiß, wie wir beide gleichzeitig draufgeschlagen haben. Das ist gut, das ist besser. In unserer gewohnten Brillanz. Da ist das Beste. Da ist das Beste. Wo ist es? Hier muss es sein. Oh, sie ist versteckt. Da ist es. Sag ich doch. Lennerts gefunden. Naja, ich hab's gleichzeitig zu sehen. Superman rettet den Tag. Kalel. Wieder einmal. Danke, Superman. Tschüss, Superman. Bye. Wir sehen uns im nächsten Tag. Let's play oder so. Irgendwann mal. Herzklopfen. Uuuuh. Du bist ja nie im Bild. Ach, den gibt's auch noch. Endlich. Der Diamant ins Karabeus. Bau. Oh, oh. Da geht's nämlich rein. Da wird sogar schon angezeigt, wo das Minikit ist. Wurst. Oh, nee. Nein. Wurst funktioniert da nicht. Ich hab die Nase gekitzelt. Das tut mir leid. Wir brauchen hier... ...jemanden aus Lego von Lego mit Lego im Namen. Legolas. Legolas. Der Diamant ist vernichtet. It's... ...Nikolas. Das ist so klug. Yeah. Ah. Gesundheit. Danke. Ich hab's mir verkniffen. 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 So, und da brauchen wir nämlich... ...nicht das Licht, sondern wir brauchen irgendwo die Geister. Oh, hier kannst du auch machen. Meine ich zumindest, dass das was mit den Geistern war, was wir machen mussten. Meine ich. Ich höre die Geister auf jeden Fall schon. Ah, da sind sie. Da sind sie. Äh, wer kommt denn weg? Der Doktor kommt weg. Der ACO kommt weg. Dafür kommt die Falle her. Und Wanky, boy. Wanky. Wanky, boy. Wanky time. Er ist der beste Wank, Mann. Äh, wo ist denn... Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Weil die... Warum brauchst du die? Du musst doch erstmal die Geister da wegtreiben. Ja, ja. Das hier kann ich noch machen, auf jeden Fall. Hä? How? Das ist, glaube ich, was anderes. Die Geister sind aber das, was wir machen müssen eigentlich. Weil die Geister müssen wir nämlich da hinten reinladen und dafür kriegen wir das Minikit. Das andere haben wir schon gemacht. Auch dieses... Das andere Zeug ist da, glaube ich, auch etwas viel angezeigt. Ein Geist fehlt noch. Ein letzter Plagegeist. Wo ist er denn? Ich glaube, du hast die Schnau, die Säu hat gerade schon reingesorgen. Ach so, ja, okay. Oder? So vielversprechend aus. Wohin? Äh, hinten rechts in die Ecke. Vielleicht retten wir da durch jemanden. Wir haben ja schon jemanden gerettet hier. Stimmt. Da. Da brauchen wir noch ein Minikit. Richtig. Die Pfeile hatten wir da letztes Mal nicht. Hammer. Haben wir. Haben wir. Weiter. Weiter. Raus geht's. Speichern und verlassen. Jawohl. Das war schneller als das letzte auf jeden Fall. In der Tat. Aber ich wusste auch noch, dass es da ist. Daran habe ich mich noch erinnert, dass es uns da gefehlt hatte. Ha, 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 ha. Aha, aha. Aha, ha, 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 ha. Brillant. Aha, ha, ha. Also war die komplette Scooby-Gang, die wir da gerettet haben. Okay, wer das ist, weiß ich nicht mehr. Vermutlich auch irgendwo aus dem Scooby-Doo-Universum. Ja. Jede. Jede Expedibige Waffe. Expedibige Waffe. Oh, 4,20. Hätten wir haben können. Hätten wir haben können, haben wir aber nicht. Ja. Ich glaube, wir sollten zurückgehen. Wir brauchen die 4,20. Ja, wir können zurückgehen. Einen Level haben wir ja, einen nicht gefunden. Genau, und zwar an dem davor. In Midway-Arcade. Oh, keine Ahnung, wo der ist in Midway-Arcade. Ja, dann lassen wir es erst mal. Richtig, deswegen machen wir erst mal den nächsten Level. Und das wäre... Das nächste Level, was uns vorsteht ist. Langsam kannst du auch in die andere Richtung gehen. Ja, mittlerweile muss ich glaube ich sogar in die andere Richtung gehen. Das würde schneller gehen. Da fehlen uns das eine. Und hier fehlen uns einige. Die Uhrzeit. Oh, Mann. Mann hat immer noch die Fallen in der Land gehabt. Was machst du denn? Ich komme nicht rein, Slimer ist zu doof. Slimer kriegt es nicht auf die Reihe. Aber ich arbeite daran, dass Slimer auf die Reihe kriegt. Also, es besteht noch Hoffnung oder so ähnlich. Erst mal Ladezeit überbrücken. Oh, wir müssen hier auch noch die Dings suchen. Ist mir gerade aufgefallen. Zwergebeute schon für ein bisschen. Äh, schnell, Stahl, Stihmaster. Ja, ja. Ja, im Unlern. Ja, ja. Ja, genau. Fast, fast. Und wir retten müssen wir hier übrigens auch noch jemanden. seltsam alles wird einfach um uns herum erschaffen was ich bin Legolas ich bin Legolas ich bin Legolas schönes Wunderwomen das ist nicht so toll warum ich mag Wunderwomen ich mag Wunderwomen Tittler gibt es auch irgendeinen großen Raum wo halt so viel drin ist und den haben wir letzt mal nicht gefunden ja wie auch ja weil er nicht angezeigt wurde vermutlich ja ja in der Tat machen wir das einfach mal warum keine Ahnung warum nicht willst du klein sein ich fliege einfach mal nö ich weiß nicht ah da müssen wir da drüben was machen oder ah ja hier müssen wir das machen ja 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 ich verstehe ich verstehe ähm ich mach mich mal groß wir sind auf jeden Fall schon gut dabei beim Steine sammeln hier du willst bestimmt klein werden ja warum nicht warum nicht warum nicht ähm wo muss das hin wo muss das hin da muss das hin Münzen 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 das ist so viel lustige Münze und groß soll ich das gerade durch durchgehen oder ja mach du ich muss aber erstmal du bist klein nein 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 wenn du nicht sterben würdest äh warte kurz nein oh sorry soll ich sagen alles gut alles gut nein oh aber ich glaube wir hätten es wieder bekommen so gemein so gemein wäre das Spiel dann auch nicht zu uns ich muss mich übrigens auch wieder kleiner machen ich bin jetzt ein bisschen kleiner ganz ruhig ich muss hier die ganzen Figuren rumschieben während du hier chillig rumhockst weißt du kluge Sprüche klopp ich ja muss da halt auch einer machen ich muss mich wieder auf klein machen jetzt kann ich den Schalter nicht betätigen drück grad da 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 der klein musst du mich machen da 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 weil es ein kleiner Schalter ist warum ist es ein kleiner Schalter weil der andere Schalter vorher auch schon ein kleiner Schalter war warum habe ich es nicht dann groß gemacht das hat mich nicht schnell genug groß gemacht beim letzten habe ich es noch geschafft zu drücken bevor du mich groß gemacht hast ach komm ich will ich mich hier rauslassen ah doch geht 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 wunderbar da fliegt die Krone den letzten haben wir auch noch weg schön können wir den Ritter irgendwie ärgern ja den Ritter kann wir runterschmeißen hihihi flugen der Ritter so wie ging das jetzt nochmal oder armer Ritter je nachdem da gibt es doch echt nichts was man eigentlich verpassen kann verstehe ich nicht haha es ist wieder Zeit für die Geisterjäger ahhh Marshmallow Man war hier Puff wie heißt er ja Puffy ne ich weiß nicht genau wie er heißt aber wir meinen die selbe Personenländer das ist schon mal gut Puffy der Geisterjäger oh was ist das was passiert da das ist ein Marshmallow ah da geht es weiter ansonsten gibt es hier nichts oder ne also hier scheint es echt aber war das das wo der fette Endbosskampf war wo in diesem riesen Areal wo uns so viel gefehlt hatte ja das ist das geile Level ja das war echt nicht so geil es gibt so ein paar Level die sind cool aber das gehört hat definitiv nicht zu den coolen Level gehört ah soweit ich das in Erinnerung habe warte ich flieg mal es bringt nichts ich hab immer das Gefühl es könnte irgendwo nochmal eine Welt auftauchen oder so wenn man rumfliegt jaja same here wie weit können wir nicht fliegen na das ist begrenzt nur der Flugradius ist doch etwas eingeschränkt ah ah du machst das schon oder? in der Tat ich setze da voll auf dich ah wait der ist nicht weggegangen oh jetzt ist er weg mysteriös ich schmeiß mal alle runter die vorher noch nicht ah ok das war ich das war so gut ah das ist echt gemein da kann man echt leicht etwas übersehen wenn das irgendwo an der Seite ist oder so ah ich weiß nicht dass uns da so viel gefehlt hat das verstehe ich nicht ja bestimmt irgendein geheimer Raum der dann da auf der Insel ist und und kann ich da runter unter die Dinger ne also unter die Ebene können wir auch nicht wenn wir nochmal die Ränder ablaufen vorsichtshalber falls die da noch irgendwas rein gezaubert haben ja ja genau das wollte ich mit tun oh wir waren auch noch nie wahre regellose hier ja aber jetzt haben wir ja doppelte Münzenanzahl alter frame drop of kick ja der gerade immer komisch der frame drop ja der flame drop flame da hätte ich fast geflamed ja ja da kann man hochfliegen wie sie ja da war was für Emmett oder mit der Seite ok hatten wir Emmett zu dem Zeitpunkt schon ich glaube schon oder ja dann haben wir das wahrscheinlich auch schon das brauchen wir nicht wir können fliegen ja ich wollte gucken vielleicht es könnte irgendwo was versteckt sein oh ich kann du kannst oh jetzt wird dann Minike dann gezeigt wo ah wo 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 ähm ja hier drüben das ist wahrscheinlich die nächste Plattform oh wait ah ah das war stimmt das war das was wir nicht geschafft haben die kam nämlich die kam nämlich die nicht geschafft haben das muss man nämlich entlang springen das war dieser Weg der Weg wird kein leichter sein ah keine wieher musste man den da entlang springen von da oben irgendwie ich habe keine Ahnung schauen wir mal schauen wir mal du musst ähm das ist bloß die Arcade-Maschinen da weigere ich mich darauf zu gehen ja ich hole mal ihr mit her ah ja der kann ja keine Druckplattform mit herding ahhh was bringt es wenn du alle drei repariert hast und geht es weiter äh das kann nicht sein Emmett ist noch mal ein bisschen zu dir geschehen das wird auch zu mir wow ah nein wieso ich kann Emmett nicht ach der Emmett ist dumm da muss das Minikid sein wie bist du da hingekommen zu denen äh wie hast du den ersten freigeschalten von denen ich hab keine Ahnung ich bin einfach ungefähr in der Höhe drüber geflogen wo man wahrscheinlich drüber muss äh ok die Gesichter hatten wir zusammen gebaut ja müssen wir aber auch zusammen bauen ok und schauen was das bringt das hat ein Minikid gebracht das hat eins gebraucht das wir jetzt aber schon haben ja äh was ist das das kommt da hin das kommt da unten hin dankeschön dankeschön das kommt da hin ja der Weg ist frei der Weg ist nicht mehr versperrt und in der Mitte ah jetzt haben wir die rotte Farbe nein 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 was die kommen wieder die kommen wieder keine Sorge ok so immer noch nicht wie wir das hier ah vielleicht von dem hier aus musst du rüberspringen oder kommt man da auch weiter levelmäßig ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen weil ich es nicht weiß wer drach soll von hier oben mal runterspringen du wirst doch nein ich bin wieder vorhin freigeschaltet das ist echt eine durchaus interessante Frage wie lange man es geschafft hat hm ich hätte ja fast gesagt es hat was mit einem Arcade-Automan zu tun aber das weigere ich mich jetzt einfach mal zu glauben du bist Wonder Woman du machst dich du gehst mal ins Gelbe ja alles im gelben Bereich ok und Slimer ich bin Slimer er geht nochmal ins Blaue ab ins Blaue mit Slimer ich bin Slimer dann ist das dann ist das dann ist das das ist ein Orange und kein Blau klar ähm wieso bist du nicht mehr gelb das ist eine gute Frage ich bin auf dem Weg bin auf dem Weg oh er soll ich mir den Kopf an dann bin ich auch schon da aber wahrscheinlich ist das andere ist Lila ja also ok Plattform 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 jetzt kommen wir da hoch offiziell ok die drei müssen wir wahrscheinlich aktivieren um weiter zu kommen da 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 aber eigentlich wollen wir ja nicht weil wir wollen ja echt das Mini-Kit da drüben irgendwie bekommen ok rechts links mitte mhm die Elemente können wir also noch machen da oben sind noch brutale das wird mir gar nicht mehr angezeigt das ist da ist es ja ja da ist der Schlawiner da ist der Schlawiner wie kommen wir hin zu den Schiffen man kann nicht tiefer geh mal hoch ne also so kommen wir da nicht hier auf jeden Fall das ist schon mal klar das ist schon mal klar drei Sachen ja brauchst du gar nicht wir können ja fliegen ja aber es geht alibi mäßig dass ich sie aktiviert habe geht er um den Gesamt-Gesamt-Eindruck-Länder oder so ähnlich das hat jetzt Zeit gekostet wenn das das erste gewesen wäre was Zeit gekostet hat dann wären wir gut dabei nicht gut ne der Baute ist bloß Strasse ne vielleicht geht von da aus dann der Weg nach rechts rüber das könnte möglich sein vielleicht von da vorne vielleicht von da vorne ich kann überall runterfallen da ich schmeiß mir die anderen Sachen noch runter äh ich schieße mir die anderen Sachen noch ab hier äh ich schieße mir die anderen Sachen noch runter du bist doch scheiße vielleicht wird das auch noch komisch angezeigt weil das ist alles woanders wieder ah ja ich würde ja echt fast auf die Arcade-Station setzen das ist da was mit zu tun hat nicht aber irgendwie müssten die von freigeschaffen diese komische Stufen können wir am besten wir nicht sagen schade 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 da 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 ok also wenn wir mit dem Fahrzeug kommen kommen wir auf jeden Fall hier weg dann kriegen wir so wie bei nicht mehr die Achtung steht schon mal fest ach ich war lang an er war gern hierüber wäre schlecht Musik ist aber cool das hört sich immer an wie Mess-Effekt und ich mag die Musik Plattformen sind ja auch nicht mehr da nachdem ich sie heruntergelassen habe, die müssten ja eigentlich wiederkommen Nö, müssen sie nicht Minikids zu bekommen ist normal nicht einmalig die Chance ja eigentlich jetzt zeige ich ihnen also mit dem das sind was für Dinge gewesen hier Farben ne Elemente sind das ja aber mit dem kann man nichts mehr machen gut also die Elemente bringen schon mal nicht weiter das heißt aber warum ist das Ding da noch an dem unten ich tippe was ist es die Arcade Machine nein ist es nicht warum sollte es die Arcade Machine sein da geht es nicht los weil mir sonst die Ideen ausgehen was noch sein könnte deswegen weil ich hier keine andere Wahl sehe als dass die Arcade Machine ist ja ich befürchte müssen wieder mal kapitulieren in der Stelle und uns leider wohl oder übel den nächsten Abschnitt bewegen warum kann man nicht einfach das mal hier fertig machen ja wenn du mir sagst wie ja ne fertig machen ohne dieses ohne dieses Minikit ja das dass wir erstmal so viele Minikits holen wie möglich weil wenn das Spiel absteht achso Entschuldigung ich dachte du wolltest jetzt wohl irgendwie die Minikate Arcade machen aber aber willst du mich verarschen vielleicht nur ein Auto wieso kam das oder oder wir müssen da wirklich weiter vielleicht müssen wir da weiter vielleicht fährt das Auto doch nicht nach vorne sondern das fährt bloß da rüber das macht ja ja das powert das ja ah dann geht vielleicht irgendein Weg dann geht ein Weg vielleicht drüber also der Weg scheint hier lang zu gehen also immer alle ausprobieren einfach ah genau wir können ja fliegen nehm mal alle ausprobieren die wir haben hab doch gesagt schon mal einfach mal her ja 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 hätte ich ja ich war ja auch schon so weit hui hier lang hier lang hier lang hier lang hier lang da lang nein hier geht's auch weiter wo in die andere Richtung also ne ich glaub hier hier das könnte das Minikit sein das ist glaube ich das Minikit wo wir gerade lang marschieren das andere ist der richtige Weg Richtung Tor ja 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 doch wir sind gerade auf dem Weg zum Minikit ja jetzt geht's hoch ja passt passt perfekt ah ah ähm ah ah lass mich mal den starken Charakter ran ja ja das war das war gemein ich werde ihn um jeden Preis geschützt ah ja manchmal verlassen wir uns zu sehr auf die Pfeile aber das ist zum Beispiel jetzt super dass wir da die Pfeile hatten weil das hätt's hier nie gefunden glaub ich nicht mehr nicht mehr nicht mehr also es war zumindest so leichter zu finden ja definitiv ich hab hier noch sonst sonst ist doch gleich keins mehr oder nicht dass ich den Kack hier nochmal abziehen irgendwo ja aber das sehen wir doch sonst oh ich glaube im Kreis nein waren wir hier schon? flieg hm hm ich glaube da brauchen wir irgendeine irgendeine gescheite Frau also jemand der da springen kann hm das ist aber neu aha geht's weiter? ne das ist ein hat wir aber auch noch nicht hey Schwester alles klar? wie läuft's mit Superman? wir sollten uns alle auf einen Kaffee treffen ja Superman hat uns vorhin weiter geholfen ja es lohnt sich auf jeden Fall Alter dieser Weg wird ja leichter sein diese anderen hast du alle ausprobiert gehabt naja das ist ziemlich ja weil das ist glaub ich wichtig dass man wirklich auf jeden mal drauf gestanden ist ah neue Freunde für uns yeah die Klinge sollten aufpassen mit wem wir dich einlassen nein das sollten sie lieber nicht tun mein Fernseher wird übrigens in 5-4-1 ausgeschaltet statt er gerade das jetzt aber nicht gesehen ja haben sie auch nicht gemein deswegen habe ich nichts gesagt okay aber nein der Drachen würde schon mal sehen ja und kaputt macht dann hier wird wieder zu lang dran aber wir machen doch eigentlich was wir checkt der Fernseher das nicht weil das in Halter nie eingang ist ah ok na gut stimmt bei dem Fernseher internen Sachen checkt er ja dann noch was drückt oder so äh ich hänge fest dann kannst du bitte die Dinger kaputt äh man naja die Hexe kann die kaputt machen ja sag mal wie ah jetzt hat eine gute Hexe ah danke weißt doch nicht warum ich jetzt warum äh sie jetzt gerade gestorben ist aber da unten sind welche der Part von Lego der Menschen ist leider auch schon vorbei zum nächsten Part kommst du wenn du auf das bereits laufende Video klickst außerdem könntest du natürlich meinen Kanal abonnieren dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen natürlich würde es mich auch freuen wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal die Links zu den einzelnen Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16 der das ganze hier mit mir spielt findest du in der Videobeschreibung jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein Servus